Distelhäuser präsentiert Den Wölfe-Stream Live mit Tom Weigert Distelhäuser, immer eine frische Idee Radio Tor! Tor durch die Nummer 7 durch Stefan Schmidt Wunderschön durch die Mitte, durch seine angestammte Position Rimperwölfe gegen Saloui Fast hatte Tom Weigert recht mit seinem Tipp, den er abgegeben hat 28 zu 21 Zumindest hatte er recht mit den Gegentoren Endstand 26 zu 21 Tom Weigert mit den Stimmen zum Spiel Ein großer Das war doch balsam auf die Handballseele Nach diesen drei Toren in der ersten Halbzeit Rückstand Toller Kampf von deinen Jungs Und ich sage bewusst deinen Jungs Ja, wir haben Klar, die Jungs haben extremen Druck Die haben sehr gut darauf reagiert Haben sich reingebissen in dieses Spiel Sehr emotional, sehr leidenschaftlich gespielt So wie wir sie kennen Vom Willen her alles gegeben Und von daher hat es heute richtig Spaß gemacht Ja, da bin ich ja Also ich meine, es gibt ja heute wirklich nicht viel zu bemängeln Wir haben es gesehen Nicht viele Auszeiten von Matthias Obinger Toll eingestellt die Mannschaft Nach dem letzten Auftritt Den man hatte Also von der Sicht Was sagst du? Hast du heute irgendeinen Schwachpunkt gesehen bei dem Team? Ich habe ihn heute nicht gesehen Und ich habe heute wieder mal einen tollen Max Brustmann gesehen Ja, das mit Sicherheit Also wie gesagt Wir haben eine sehr gute kämpfende Abwehr gehabt Mit Max Brustmann dahinter Der wieder in galer Form aufgelaufen ist Und natürlich muss man auch sagen Es ist auch sensationelle Sensationelle Stimmung hier heute in der Halle Es lohnt sich hier her zu kommen Es macht riesig Spaß Aber natürlich kann man immer was verbessern Und ich bin mir sicher Der Obi hat auch ein paar Sachen gesehen Die ihm nicht gefallen hat Und die wir da ansprechen Dass wir am Samstag in Haken Bei einem richtig, richtig schweren Auslärtsspiel Wieder Vollgas geben können Und vielleicht den Laub weitergehen können Ich freue mich auf Haken Ich bin wieder dabei Ich fahre am Samstag mit Du wirst gut gelaunt heute Sehen wir dich am Samstag in Haken? Ja, auf jeden Fall So wollte ich das hören Vielen Dank, Daniel Danke Bei mir am Mikrofon Ihr kennt ihn alle Natürlich kennt man diesen Herrn Norbert Hufgard von TV Touring Norbert, wie hast du das Handballspiel heute gesehen? Sehr entspannt Wirklich sehr relaxed Weil ich hatte ja im Vorfeld das Interview machen dürfen Mit den wahren Experten Und die waren sich einig mit 5 Und deswegen hat Max wahrscheinlich auch Den abschließenden 7 Meter gehalten Man erkennt die Wölfe kaum wieder Wenn ich an diese blöde erste Heimniederlage denke Toller Lauf Einfach tolles Spiel Schöne Strategie Wirklich die ganze Mannschaft eingebunden Wenn man in der Breite der Bank das sieht Tolles Spiel, toller Abend Ich komme wieder am Freitag in einer Woche So wollten wir das hören Jetzt kann eine große Halle wie die S. Oliver Arena Ja natürlich Fluch und Segen zugleich sein Ich glaube es ist absolut Segen Schauen wir mal ob wir vielleicht mit eurer Hilfe Ihr macht ja immer eine tolle Berichterstattung Das Ding hier auch mal voll kriegen beim nächsten Spiel Ach ich denke wenn jetzt hier die Stimmung sich nach außen trägt Dann haben die Leute auch Lust hier her zu kommen Und wenn die Halle kocht Dann macht es einfach Spaß Und wenn die Wölfe hier ein tolles Spiel machen Umso besser Tolles Schlusswort von unserem Kollegen Norbert Hufgard Vielen Dank Norbert Schönen Abend dir noch Wenn ich mir Jetzt darf ich dich mal ganz kurz bitten Michael Dass du vielleicht mal runter auf diesen Arm filmst Da steht heute so gut wie nichts drauf Matthias Warst du zufrieden mit deinen Jungs? Ja Ja So wie man halt zufrieden sein kann Nach dem Arbeitssieg Aber ich glaube wir haben Wir haben uns gesteigert Im Vergleich zum Freitag Es ist vieles besser gelaufen Auch fand ich Dass wir im Angriff flüssiger gespielt haben In der Abwehr noch ein Ticken aggressiver waren Und die Jungs müssen einfach kapieren Und das haben sie auch kapiert Dass es bei uns nur über das Kollektiv geht Und nur über das Abwehrkollektiv Wir tun uns sonst im Angriff relativ schwer Weil wir nicht diese klassischen Rückraumschützen haben Sondern wir müssen uns jeden Angriff hart erarbeiten Und da ist es natürlich leicht Wenn man diese Power aus der Abwehr mitnimmt Und 21 Gegentore Das ist glaube ich in Ordnung Super Ich habe 21 getippt Mein Tipp am Anfang in der Halle war 28, 21 Hat mir leider die Entscheidung der Schiedsrichter zunichte gemacht Sonst wäre ich ganz gut gewesen Also man sieht so ein bisschen Habe ich mitgedacht Ich habe aber ein Ding noch Das Spiel heute ist so flüssig gelaufen Und irgendwann in der 50. Minute Sag ich zu Michael Wäre doch toll Wenn man den Polydor mit einem Mann-Decker rausnimmt Habt ihr ein Mikrofon bei uns Oben irgendwie versteckt Und habt ihr das gehört Oder wie kamst du zu der Entscheidung Es war ja nur punktuell Weil Basti ja diesen Abwehrangriffswechsel Nicht mehr machen konnte Und dann mussten wir zwangsläufig Den Basti aus dem Verbund rausnehmen Weil er ist ja nicht gerade der größte Abwehrspieler Und mussten ihn dann punktuell auf Polydor ansetzen Aber das war Es war jetzt kein Masterplan Es war eher dann aus der Not geboren Weil er nicht mehr zum Wechsel kam Prima Wie sieht die Prognose aus für den Samstag Für Hagen? Ja gut Wir müssen uns jetzt schauen Dass wir uns regenerieren Also wir werden ganz ganz dezent trainieren Eher im regenerativen Bereich Und ich bin mir sicher Dass die Jungs noch nicht am Limit spielen Da ist in Hagen was drin Ich freue mich auf die Busfahrt mit euch wieder Ich freue mich auf das Spiel in Hagen Ich bin dabei Dir herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg Und wir sehen uns spätestens am Samstag Ja, danke Tom Arbeitssieg Hat es euer Trainer genannt Also ihr musstet wirklich extrem was tun Und heute wirklich hinlangen Haben die hart gespielt heute? Die Hagen Saarlouis Oder wie hast du das empfunden als Kreisläufer? Nein, ich fand es nicht ganz so hart Wie am Freitag Aber sie haben Ich finde, sie hatten mehr Körper Also sie haben Sie haben ihren Körper vielleicht nicht ganz so aggressiv eingesetzt Wie am Freitagsspringe Okay Noch die nächste Geschichte Du bist Testimonial für Kampf gegen den Krebs Hilfe im Kampf gegen den Krebs Hilfe für Oh, so schön Würdest du das bitte nochmal wiederholen? Hilfe im Kampf gegen den Krebs Hervorragend Und da bist du Testimonial Das heißt, du bist das Gesicht von Hilfe im Kampf gegen den Krebs Ihr habt noch eine Aktion unten auf der Mainfrankenmesse Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ja, wir als Mannschaft Wir gehen am 30. und am 1. sind wir dann vor Ort Und zeigen mal so ein bisschen Wie man die Kooperation gestalten kann Also, nee Wir haben das tolle Angebot bekommen Von Hilfe im Kampf gegen den Krebs Dass wir auch als Verein uns da zeigen können Und dass wir auch dieses Projekt nach außen präsentieren können Und das finde ich eine total super Sache Würde ich riesig gerne dabei sein Ich bin da auf einer Moderation in Nürnberg eine ganze Woche Kann ich nicht bei euch sein Aber ich glaube, Michael wird auf jeden Fall von Würzburg Radio dabei sein Wie sieht es denn aus? Samstag Hagen ist natürlich eine Hausnummer Seid ihr alle gut drauf, was Hagen angeht? Nach dem Sieg heute ja, oder? Ja Also gut für den Kopf Weil mit 3-3 War so eine Wo sind wir jetzt? Und dann kommt jetzt Herr Louis Ich glaube, das war schon Richtungsweise ein Spiel 5 zu 3 Punkten Ist auf alle Fälle für den Kopf besser Als mit 3 zu 5 Ja, und jetzt heißt es aber Vollgas weiter Weil, wie man immer sieht Wir verlieren gegen den Mstetten Hier Wir schlagen den Mstettener Bezwinger Also da kann jeder jeden schlagen Und ausruhen ist er echt nicht Gut, dann freuen wir uns auf den Samstag Jan, vielen Dank Erhol dich Viel Spaß beim Duschen Und wir sehen uns nachher noch hinten in Wipperei Eben Grüß dich Erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Sieg Ja, dankeschön Nicht ganz mein Tipp Da hätten noch zwei oben drauf gemusst 2-28-1 Ja, hat mir der Schiedsrichter kaputt gemacht Sonst wäre ich da richtig gut dabei gewesen Ich habe da oben schon gesessen Und habe gesagt Ich verdiene mein Geld jetzt mit Lottotipps in der nächsten Zeit Und nicht mehr mit Handballtipps Du musst aber viel setzen auch Was? Nach der Verletzung Du hast mir einen ganz guten Eindruck gemacht Einen relativ fitten Eindruck Geht es dir schon wieder gut? Ja, also ich bin so muskulär Da habe ich keine Probleme mehr Da geht es mir echt gut Ich habe dann ab der 45. Minute ungefähr Bisschen den Trainingsrückstand halt auch gemerkt Also konditionell Aber da bin ich mit dem OB dran Das aufzuarbeiten Läuferisch halt Aber sonst habe ich mich gut gefühlt Also habe ich auch da irgendwie nicht im Hinterkopf Angst Dass irgendwas passiert oder so Das war in Ordnung Prima, das heißt wir sehen dich also sicherlich am Samstag wieder? Ich gehe davon aus Falls bis dahin nichts passiert Und der Trainer mich aufstellt Da bin ich dabei Da gehe ich mir fest davon aus Dein Bruder ist auch wieder fit soweit? Ja, der hat jetzt auch erst letzte Woche Mit dem Training wieder angefangen Hat Sonntag ein bisschen bei der zweiten Mannschaft gespielt Fühlt sich so auch ganz gut Aber merkt natürlich auch jetzt Den Trainingsrückstand war glaube ich acht oder neun Wochen weg Davon noch sechs, sieben an Krücken Also das merkt man natürlich schon Sagt er auch selber Aber ist auf einem guten Weg Dann in zwei, drei Wochen wieder voll fit zu sein Jetzt habe ich noch eine Frage Ich weiß nicht wie das bei euch im Profibereich ist Ich kenne ja nur den Bereich bis zur Oberliga hoch Was meine Handballkarriere angeht Bei uns gab es immer früher so eine Geschichte Das ist vielleicht für die Hörer interessant Des Festspielens Wenn man mal irgendwo in einer Liga gespielt hat Dass man dann nicht von oben nach unten wechseln kann Wie kommt der Wechsel vom Tom in die Liga 1 unter euch? Ja, das ist Gibt es eine neue Regel Ich glaube seit drei, vier, fünf Jahren so Hat der Herr B eine Regel eingeführt Um halt Spielern unter Oder bis 23 Jahre Spielpraxis zu geben Zum Beispiel wenn sie bei einem Erstligisten sind Dass sie auch bei der zweiten Mannschaft eben Spielen können und sich nicht festspielen Und das kann man eben bis zum 23. Lebensjahr machen Und da haben wir ja noch zwei Jahre Von daher kann man das dann auch immer mal ganz gut nutzen Um nach einer Verletzung wieder Spielpraxis Das erstmal sammeln zu können Prima, Sisse, da habe ich auf meine alten Tage noch was gelernt Herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch und nochmal Lass es dir gut gehen Wir sehen uns am Samstag Dankeschön Gut, das war es heute Distelhäuser Handballtour aus der S. Oliver Arena Mir hat es einen Riesenspaß gemacht Wieder mit Ihnen, mit euch Wie auch immer wir die Fans der Rimparerwölfe nennen Mit meinem Wolfsrudel Bis zum nächsten Mal am Samstag In Hagen melde ich mich wieder Euer Tom Weigert Distelhäuser präsentiert Den Wölfestree Samstag, 19.9.19 Uhr Live mit Tom Weigert VfL Eintracht, Hagen, DOK, Rimpar, Wölfe Distelhäuser Immer eine frische Idee VfL Eintracht, Hagen, DOK, 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 DOK,